moin moin und hallo heute möchte ich euch zeigen wie man an einem ford focus ecoboost die obd zwei stelle ermitteln kann auslesen kann und codes löschen kann wir öffnen die fahrerseite und schauen uns ungefähr auf kniehöhe linke kniehöhe an dort ist ein ablagefach dieses ablagefach können wir aushaken indem wir die obere seite zusammendrücken dann lässt sich das ablagefach weiter runter drücken und wir haben zugang zum obd 2 port dort können wir unser lesegerät einstecken und nun beginnen mit dem auslesen so jetzt lesen wir mal aus codes lesen und dort haben wir auch einen code p0 301 zylinder kopf nicht zylinder kopf sondern zwei probleme zylinder so dann löschen wir mal den code und werden natürlich vorher das problem beheben aber so könnt ihr gut und einfach die fehler kurz erstmal rausschmeißen und danach auch eventuell hier datensätze abgreifen wie zum beispiel die lambda werte die gerade abgegeben werden wenn das fahrzeug dann den motor an hat so wenn ihr dann fertig seid geht ihr auf zurück raus damit die genaueren einzelne einstellungen habe ich in einem anderen video zusammengefasst danach ausstecken und ihr habt euer fahrzeug ausgelesen und dann die fehler codes gelöscht damit dann sage ich vielen dank fürs zuschauen bitte abonniert mich gibt mein positives feedback und bis zum nächsten mal so und so zwei wie ich Vielen Dank.